Hallo liebe Skywalker-Innen, in diesem Video möchte ich euch gerne den perfekten Anwendungsstarter für Linux vorstellen. Je nach Desktop-Umgebung oder Window-Manager gibt es unterschiedliche Möglichkeiten Applikationen zu starten. Hier bei Tuxviz verwenden wir den leichtgewichtigen ISWM Window-Manager. Dieser verfügt über ein einfaches Startmenü, über das ich je nach Kategorie Anwendungen auffinden kann. Das wird zum Teil etwas mühsam, insbesondere wenn sehr sehr viele Einträge wie jetzt hier bei uns in der Spiele-Kategorie enthalten sind. Dann kann ich dort mit dem Mausrad durchscrollen und mir die entsprechende Applikationen oder hier in dem Fall das Spiel zu starten. Es geht aber auch noch viel einfacher und zwar möchte ich euch heute eine Lösung vorstellen, die ich mir aus dem XFCE-Projekt geborgt habe. XFCE ist eine komplette Desktop-Umgebung für Linux und diese enthält einen sogenannten App-Finder, also einen Applikationsstarter. Ich kann mir den hier über das Terminal einfach installieren. Dazu führe ich den Befehl sudo apt install xfce4-appfinder aus. Dazu gebe ich jetzt mein Passwort ein und schon wird im Hintergrund der App-Finder installiert. Dieser Applikationsstarter muss natürlich jetzt noch verfügbar gemacht werden. Unter ISWM gibt es jetzt schon eine einfache Möglichkeit, Apps zu starten, wenn man nicht das Menü benutzen will. Ich kann zum Beispiel die Alt-Taste zusammen mit der Space-Taste ausführen und kann hier in dem Eingabefeld, was sich hier unten jetzt geöffnet hat, den Namen des Programms eingeben. Also hier könnt ihr zum Beispiel GIM und dann die Tab-Taste eingeben, Enter drücken und die Grafikbearbeitung GIM wird im Hintergrund gestartet. Wir möchten es aber etwas komfortabler haben und da ist der XFCE-4 App-Finder die richtige Wahl. Jetzt muss ich den App-Finder natürlich auch noch irgendwie verfügbar machen. Einerseits kann ich mir dazu das Menü neu generieren. Wer meine bisherigen Videos bereits geschaut hat, hat sich dafür entweder schon eine eigene Applikation programmiert oder ein Alias erstellt, mit dem ich das Menü neu erstellen kann. Ich zeige jetzt dennoch nochmal, wie man das Menü manuell erstellen kann. Ich gehe dazu in den Ordner ISWM, cd.iswm, führe ein Cut auf die Startup-Datei aus, denn bei jeder Anmeldung wird das Menü neu erstellt. Markiere hier mit der linken Maustaste diese Zeile bis zum FI und füge diese ganze Zeile hier im Terminal mit der mittleren Maustaste einen Klick auf das Mausrad ein. Jetzt wird das Menü, diese Menüdatei bereits neu erstellt. Ich möchte aber ganz gerne, dass dieser App-Finder hier unten aufgeführt wird. Dazu schaue ich jetzt erstmal, wie der Eintrag in einem neu erstellten Menü überhaupt heißt. Die Menüdatei heißt hier im .ISWM-Verzeichnis Menü. Die kann ich mir mit Cut anzeigen lassen, Cut-Menü und da sind ganz viele Einträge drin. Das sind genau die Einträge, die ihr hier auch in den Kategorien entsprechend aufgeführt bekommt. Ich möchte mir die Ausgabe jetzt hier einschränken, dazu gebe ich das Pipe-Zeichen ein. Füge dann grep, um die Ausgabe wirklich auf ein bestimmtes Suchwort hin zu untersuchen ein und füge dann hier App-Finder ein. Das ist der Name des Programms, was ich vorhin installiert habe. Xfce4-App-Finder. Hier sehe ich jetzt schon diesen Eintrag. Den kopiere ich mir jetzt auch wieder mit der linken Maustaste und füge ihn jetzt einfach mal hier ins Terminal ein. Das macht jetzt überhaupt nichts. Den darf man einfach nicht Enter drücken, aber da passiert eigentlich auch nichts. Jetzt gehe ich hier mit Ctrl-A oder Post-1 an den Anfang. Jetzt füge ich hier Echo und dann die einfachen Anführungszeichen. Die sind bei einem deutschen Tastatur-Layout über dem Raute-Zeichen, also Shift-Raute und gehe dann mit dem Ctrl-E ans Ende. Also es gibt auch die Ende-Taste und füge jetzt hier auch nochmal das einfache Anführungszeichen ein. Und jetzt hänge ich diese Zeile hier. Das Echo gibt mir diese Zeile aus. Das können wir einfach mal machen. So, jetzt wird das einfach auf dem Terminal ausgegeben. Dann macht er überhaupt nichts. Echo gibt was aus. Echo, hallo, ich bin ein Astronaut. Enter, hallo, ich bin ein Astronaut. Also ich rufe den Befehl nochmal mit der Pfeil-Nach-Oben-Taste auf. Mit dem Pfeiltasten kann ich ja durch die sogenannte Bash-History scrollen und habe ihn hier wieder. Jetzt möchte ich diese Zeile nochmal ausgeben. Ja, da ist sie, möchte sie jetzt aber hier an die Toolbar-Konfigurationsdatei anhängen. Die kann ich mir auch mal anzeigen lassen. Cut-Toolbar. Und hier sehe ich jetzt, da sind die einzelnen Einträge. Terminal, File-Manager, Mail und Web. Die sind so aufgebaut. Hier ist der Programmname, hier ist die Beschreibung, also das, was man hier angezeigt bekommt, wenn man mit der Maus drüber fährt. Hier ist das Icon hinterlegt, was der entsprechenden Theme, die ich mir ausgewählt habe, entsprechen sollte. Und hier der Name des Programms. Jetzt möchte ich diese Zeile, die ich jetzt hier oben ausgegeben habe, an diese Datei anhängen. Das kann ich mit den Größerzeichen machen. Dazu füge ich zwei an, weil eines würde die Datei ersetzen. Also ihr müsst wirklich zweimal das Größerzeichen anfügen und dann sagen, an welche Datei ihr das denn hinten anhängen möchtet. In dem Fall jetzt die Toolbar. Cut. Jetzt füge ich hier Enter ein und sage jetzt nochmal Cut Toolbar und siehe da, hier unten wurde jetzt diese Zeile hier mit angefügt. Jetzt wisst ihr ja, bei Konfigurationsänderungen muss man ISWM einmal kurz reloaden, also neu starten, ISWM neu starten. Hier über das Menü abmelden, ISWM neu starten. Jetzt wurde der ISWM bereits neu gestartet und ich sehe, jetzt habe ich hier ein entsprechendes Icon dazu bekommen. Ich könnte das jetzt auch nochmal umsortieren, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass es lieber hier am Anfang erscheint. Dazu könnte ich jetzt mal den Editor VI aufrufen. Wir haben bisher ja mit Nano gearbeitet, ich gehe jetzt mal mit VI in diese Datei rein. VI ist etwas kompliziert und das werde ich euch im Detail nochmal genau erzählen. Ich sage jetzt über einen einfachen Trick, wie ihr eine Zeile an eine andere Stelle kopieren könnt oder ausschneiden könnt. Ich gehe jetzt an diese Zeile, hier mit den Pfeiltasten, drücke DD, gehe jetzt hier in die Zeile unter, die die Zeile eingefügt werden soll und füge jetzt hier mit P, wie Paste, diese Zeile ein. Jetzt muss ich das noch abspeichern. Dazu drücke ich die Escape-Taste, gefolgt von Doppelpunkt, W, Q und dem Ausrufezeichen. Jetzt ist das umsortiert, ich kann mir das Ganze nochmal anzeigen lassen. Jetzt sehe ich hier mit Cut, es ist jetzt hier oben an der Stelle angekommen und ich muss den ISVM nochmal neu starten. Oh, und jetzt seht ihr, hier ist jetzt die Lupe gelandet mit dem App-Finder. Jetzt wollen wir doch mal diesen Applikationsfinder mal starten. Der sieht jetzt so aus. Das ist eine ganz einfache Applikation, in der man hier über Texteingaben Programme starten kann. Ich kann jetzt mal Firefox eingeben, ich muss jetzt nur FI eingeben und der sagt mir jetzt hier schon, da ist der Firefox. Mit Pfeilen nach oben und Pfeilen nach unten könnte ich hier durchscrollen und ich könnte mit Enter einfach das Programmnetz ausführen. Da ist jetzt der Firefox. Ich füge das jetzt nochmal aus. Jetzt gehe ich noch in die Eigenschaften, weil hier gibt es noch ein paar nützliche Tipps. Ich finde jetzt zum Beispiel diesen Punkt zuletzt verwendete Elemente zuerst sortieren noch ganz sinnvoll, weil oftmals startet ihr immer wieder die gleichen Applikationen und dann habt ihr die wichtigsten Apps schon mal ganz oben. Hier könnt ihr das jetzt noch euren Bedürfnissen entsprechend anpassen, wie ihr das möchtet. Ihr könntet jetzt zum Beispiel das Fenster auch immer zentrieren. Man kann auch das zum Beispiel die Fensterdekoration ausblenden. Das finde ich jetzt noch ganz gut, weil ihr kommt hier immer wieder mit der Escape-Taste raus. Also wenn ihr jetzt den App-Finder aus Versehen mal gestartet habt, drückt ihr einfach Escape und dann ist er schon wieder weg. Ich möchte jetzt aber einen ähnlichen einfachen Trick, wie ich jetzt hier mit Alt und Space habe, auch jetzt noch realisieren. Dass ich einfach eine ganz einfache Tastenkombination habe, mit dem ich diesen App-Finder aufmachen kann. Dazu gibt es hier unter ISWM eine Konfigurationsdatei, die heißt Keys. Da gehe ich jetzt mal wieder mit Nano rein, Nano Keys. Und hier seht ihr, da gibt es einzelne Tastenkombinationen. Ich kann mir hier einzelne Tasten definieren. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle Key, Anführungszeichen, Super. Das ist die Windows-Taste bei ganz vielen Tastaturen. Bei manchen gibt es da auch eine Tux-Taste. Das ist natürlich dann besonders schön. Und jetzt sage ich Super plus Space. Also nicht Alt plus Space, sondern Super plus Space. Und jetzt kann ich hier dann hier an der Hintergrundstelle mit Tab, 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 kann ich jetzt die App einfügen, die hier gestartet werden soll. Die heißt jetzt hier XFCE4-App-Finder. Jetzt sage ich Ctrl oder Steuerung O, Ctrl Enter, Ctrl X. Und habe jetzt diese Keys-Datei neu geschrieben. Das muss ich natürlich hier auch wieder in ISWM neu starten. Und ich führe jetzt mal Super Space aus. Und seht ihr, da ist euer Anwendungsstarter schon oben. Ihr seht jetzt auch hier, da ich das jetzt so entsprechend sortiert habe, wird mir der Firefox hier sofort angezeigt. Ich könnte jetzt gerade Enter drücken. Und da wird der Firefox schon gestartet. Ihr habt jetzt also einen super einfachen Weg, mit dem ihr schnell Apps starten könnt, außer über das Startmenü. Diese Anwendung könnt ihr euch natürlich auch auf jeder anderen Desktop-Umgebung oder jedem anderen Window-Manager einfach installieren. Ihr müsst halt schauen, wie die Tastenkombination definiert werden kann. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß dabei und berichtet mir gerne in den Kommentaren. Vergesst bitte auch nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Themen zu freier Software und Linux aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Besuch und bis bald. Tschüss!